Hallo Peter, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Shit. Hallo Klaus, stimmt, ist lange her. Nicht lange genug. Und, wie geht es dir? Bist du noch in derselben Firma? Ja, ich habe allerdings die Abteilung gewechselt. Und du, immer noch bei Meier & Sohn? Warum frage ich das überhaupt? Jep, immer noch. Hab letzte Woche wieder eine Gehaltserhöhung bekommen. Als ob mich das interessiert. Schön, das freut mich für dich. Wie geht's Linda? Danke, ihr geht es gut. Gut, wir sind jetzt verheiratet. Die arme Frau. Oh, meine herzlichen Glückwünsche zur Hochzeit. Danke, ich werde Linda deine Glückwünsche ausrichten. Scheiße, er hat fast die gleiche Tasche wie ich. Peter, du musst unbedingt mal zu uns kommen. Auf einen Kaffee oder so. Ja, das kann ich machen, wenn ich mal Zeit finde. Auch das noch. Aber zuerst kaufe ich mir eine andere Tasche. Sehr schön. Ich muss jetzt weiter. War nett, dich mal wieder getroffen zu haben. Danke. Fand es auch nett. Ich rufe dich mal an. Mach das. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Blödmann. Scheißtasche. Falls dir das Video gefallen hat, abonniere und like gerne meinen Kanal. Schau dir gerne noch weitere Videos auf meinem Kanal an. Kl assignments. 기가 Dass幸 te suscrib lite. Achuiasche. Bis bald. Som мало. Daadece passiert. Und 찍. Bis bald zusammen. Und hierere prima. Marie zu autour di PDF.